Herzlich willkommen zu Ein Deutsch in Spanien. Heute mit einem neuen Webmaster-Tipp. Und zwar bin ich bei allinkl.com. Ich kann die wirklich empfehlen und heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du bei allinkl deine E-Mail-Weiterleitung, die du dort hast, in Gmail einbauen kannst, ohne dass du auf allinkl ein eigenes Postfach dafür machen musst. Das geht und ist relativ einfach. Das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ja, also zuerst hier bist du in der Ansicht von E-Mail. Da müssen wir dann auf E-Mail-Weiterleitung gehen. Da gehst du rein, klickst oben rechts auf Neue einlegen und dann kommst du hier rein. Dann suchst du dir die Domain aus, die du brauchst und gibst hier als Ziel deine Weiterleitungse-E-Mail an und speicherst das Ganze. Wenn du das dann gespeichert hast, dann müssen wir eben ein FTP anlegen. Das heißt, wir gehen auf FTP und legen dann auch mit diesem Link einen neuen FTP an, geben dann hier die Beschreibung an und machen ein neues Passwort. Und dieses Passwort ist dann eben genau das Passwort, das du in Gmail dann eingeben musst. Und dann speichern wir das Ganze. Hey, wenn dir dieses Tutorial hilft und du noch kein Kunde bei All Inkel bist, dann klick bitte unten in der Beschreibung auf den Link mit All Inkel und registrier dich damit. Denn so erhalte ich eine kleine Provision und kann damit meinen Kanal in Zukunft noch viel besser machen. Ich danke dir dafür. Gut, wenn wir dann das gemacht haben, gehen wir in Gmail und klicken da oben rechts auf das Zahnrad. Das sind die Einstellungen und danach auf Alle Einstellungen aufrufen. Und dann hier auf Konten und Import. Dann gehen wir ein bisschen nach unten, bis wir diese Option sehen, weitere E-Mail-Adressen hinzufügen und klicken da drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Da müssen wir dann einen Namen eingeben. Das ist der Name, der dann immer vor der E-Mail steht. Da können wir frei wählen, was wir möchten. Geben wir in diesem Fall jetzt zum Beispiel Edis ein. Das ist die Kurzform von Ein Deutscher in Spanien. Dann geben wir hier die E-Mail-Adresse ein. In meinem Fall hier info at ein-deutsch-in-spanien.com und klicken auf nächster Schritt. Hier haben wir dann den SMTP-Server von All Inkel bereits schon drin. Der kommt automatisch, also müssen wir den nicht mehr eintragen. Nehmen wir dann einfach den Benutzernamen, das ist der erste Teil von der URL, kopieren den in Nutzername und als Passwort geben wir dann das Passwort ein, was wir für den FTP eingegeben haben. Danach klicken wir auf Konto hinzufügen und bekommen dann eine Bestätigungs-E-Mail von Gmail. Da klicken wir einfach auf den Link und damit können wir dann die E-Mail benutzen, um aus Gmail zu schreiben. Ja, und das war es auch schon. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen und wenn es denn dir was gebracht hat, dann bitte lass ein Like da. Es würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, auch wenn ich eigentlich grundsätzlich Vlogs aus Spanien mache. Von Zeit zu Zeit mache ich auch mal ein Tutorial, das einfach generell dir helfen kann. Von dem her kannst du hier bitte meinen Kanal abonnieren, drück drauf und mach auch die Glocke an. Und hier gibt es noch ein Tutorial, was auch nichts mit Vlogs zu tun hat, aber was dir vielleicht helfen kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!